Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey. Heute folgende Themen. Einmal, Bybit hat ein Statement herausgehauen für das gestrige Problem, was stattgefunden hat, damit so viele Leute ausgeloggt wurden, damit sie sich nicht mehr eingeloggt haben, konnten und, 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 dadurch nicht traden konnten. Solltest du aber jetzt zum Beispiel jemand sein, der einen Trade offen gehabt hat und dadurch nicht aktiv hineingekommen hat und Verluste und Ähnliches erlitten hat, kannst du dich bei Bybit Support melden und das kommunizieren, weil die werden dir weiterhelfen. Und das schauen wir uns dann gleich an in den Statement. Und das Zweite ist, wir schauen sich den Bitcoin-Kurs an, weil es ist genau das passiert, was ich gestern eben schon vorausgesagt oder gezeichnet habe von den technischen Analysen. Leider habe ich vergessen einen Short Trade oder ich konnte nicht dazukommen, ich habe es verabsäumt, den zu setzen. Aber, und ich zeige dir, was ich jetzt machen werde. Ich werde nämlich vorplanen, einen Short Trade, wenn er jetzt ein neues Level unterschreitet, weil wir haben jetzt einen kurzen kleinen Widerstand. Solltet ihr den unterschreiten, möchte ich, dass automatisch eine Short Position, das heißt eine fallende Position, eröffnet wird. Und dann werde ich aber auch vorbereiten, eine Position, wenn er auf 40.000 hinunter geht, damit automatisch eine Long Position eröffnet wird. Wie das alles funktioniert, und das zeige ich dir dann gleich. Ich zeige dir auch Vimu, den Fibonacci und auch, wie du kostenlos, weil viele Leute fragen mich ja immer, hey Manuel, du hast hier diese Volumen-Candle auf der Seite in deinem Trading View drinnen, das bekommst du ja nicht, solange du nicht eine kostenpflichtige Version von Trading View hast. Aber, und das werde ich dir jetzt zeigen, es gibt die Möglichkeit auch, wenn du nur die kostenlose Trading View-Version hast, dass du trotzdem diese Volumen-Candles auf der Seite reinbekommst. Und das zeige ich dir live, wie das funktioniert, dass du auch das nutzen kannst und da ein bisschen hineinspielen kannst, damit du das beobachten kannst, damit du die Analysen hast und, und, und. Ja, den Rest werde ich dir immer live in die Videos zeigen. Es wird auch kein richtiges Tutorial. Jetzt werde ich zeige dir nur ein bisschen was. Ich werde ein eigenes Tutorial machen, damit du das auch alles einrichten kannst, dann auch zukünftig beim Trading. Ja, als allererstes gehen wir mal zum Screen Monitoring. Ich zeige dir hier von Ben so, von Bybit, der hat dir geschrieben, dass es wirklich leid tut, was gestern alles passiert ist. Bei Bybit und Custer, beziehungsweise MoonCal, hat hier wirklich keine Verantwortung dafür, sondern sie nehmen die komplette Verantwortung auf sich. Das sollte so nicht passieren. Und auch Custer hatte hier keinen Eingriff, was das angeht. Und hier in dem Statement steht halt mehr oder weniger, dass sie das Volumen an Leuten, was da plötzlich auf der Seite aktiv und nicht handeln konnten, deswegen stürzt sie das ab und, und, und. Ja, aber es hat jeder die Möglichkeit, der vielleicht da durch Schaden erlitten hat, sich beim Bybit Support melden. Beruft ihr euch, solltet ihr der Fall sein, bitte auf dieses Statement von Ben so, beziehungsweise CTO of Bybit, Owen Suangs, hat er gesagt, das ist alles passiert, ja, damit ihr eben, Ben Su ist eh da, hier steht er, Edit von Ben Su, der hat eigentlich das nochmal genau geschrieben, damit ihr euch da eben melden könnt und ihr eventuell entschädigt werdet, wie auch immer. Die werden euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und da muss ich sagen, ist ganz faire Sache von Bybit, dass das eben stattgefunden hat oder, oder jetzt so stattfindet, weil da war halt wirklich sehr, sehr schade, weil wir konnten unsere Trades zum Beispiel für Cust-Off steigend, bei 0,04 Cent ging es los, wir hätten da echt viel Profite mitnehmen können, aber hat leider nicht funktioniert, weil wir alle rausgekickt wurden und einloggen sehr schwierig war. Das ist mal das Erste, was ich euch jetzt zeigen möchte. Deswegen muss ich sagen, Hut ab von Bybit, dass sie das machen. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will, ob hier vielleicht im Hintergrund was falsch gelaufen ist oder nicht, ja. Aber lest euch das im Detail durch. Ihr habt auf Twitter, entweder bei The Moon oder aber auch bei Ben Su könnt ihr das im Ruhe durchlesen. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, sondern lest euch das durch, ist wirklich echt korrekt geschrieben. Und vielleicht hat ja der ein oder andere dann Glück, sofern auch wirklich ihr nachteilig behandelt worden seid, durch den Rauskick, ja, dass ihr Verluste erlitten. Schauen wir jetzt zum Bitcoin-Chart. Als allererstes, man sieht hier, ich habe ja gestern gesagt, wenn wir diesen Bereiche unterschreiten, zwischen dem letzten Support, der was hier gewesen ist, ja, wo ich sage, das war hier der letzte Support, und den letzten Fibonacci-Teil hier, wo wir jedes Mal hier, man sieht ja, man ist ja immer wieder angetippt, und haben es aber nie ganz unterschritten, dann wird der Weg nach unten geebnet sein. Und das ist jetzt passiert, und wir haben jetzt auch eine leichte Konsolidierungsphase, die erkläre ich dir auch gleich, wie diese jetzt zustande kommt. Was ich dir ganz vorab erklären möchte, genau, diese Volumen-Candle hier rechts, was du hier hast, wie bekommst du die, damit du die kostenlos hast und nicht ein kostenpflichtiges Abo nehmen musst bei TradingView? Dafür gehst du auf Indicators, ich suche jetzt mal, ich glaube, das ist VP, und dann scrollen wir nach unten, und du merkst dir dann bitte diesen Namen, KV, also Konrad-Victor for coins, dieses Volumen-Profile kannst du hier nehmen, er hat 5.861 Leute, die haben das alle gerade, Volumen-Profile, das klickst du an, du siehst jetzt, ich habe hier ein zweites Volumen-Profile hier eröffnet. Ich schließe das jetzt mal, ich werde auch mein Volumen-Profile einmal zumachen, du siehst halt, es sieht hier ein bisschen anders aus, die Farbe ist anders, die Candles sind mehr und, und, und. Wenn du jetzt aber links, dann gehst du auf dieses VP hier, hast du dieses Zahnrad, das kannst du nehmen, kannst du einstellen, ich gehe jetzt hier einmal auf 200 Volumen-Profile, also Volumen-Candles, nur dass du siehst, was hier passiert, die Candles werden einfach weniger, das sind die Anzahl der Candles, ich zeige dir das mal, 200, du kannst hier alles einstellen, du kannst die Länge der Bars einstellen, du kannst sie kürzer machen, du siehst, was hier passiert, ich gehe zum Beispiel auch, kannst hier die Farbe ändern, du kannst ein Grün nehmen, kannst hier die Intensität nehmen, wie stark sollen die intensiv sein oder durchsichtig sein, die Dicke der Bars, du siehst, die werden hier dicker und dünner, das kannst du dir dann so einstellen, wie du möchtest, wie das für dich passt, falls es dich interessiert, wie es bei mir ist, ich schließe jetzt das, ich öffne dir jetzt kurz meine Einstellung, so ist das jetzt eben bei mir, du kannst das Video ganz kurz stoppen und dir das anschauen, so habe ich das eben eingestellt, für mich jetzt gesehen, damit das ist, aber da kann ich jeder selbst einstellen, das wäre mal das Erste, wie man den Fibonacci bekommt, weil nach dem arbeite ich auch sehr stark, zeige ich dir auch noch, weil wir haben jetzt diesen großen Fibonacci vom Low to High oder High to Low vom Letzten, der ist eh nicht ganz korrekt, den muss ich hier weiter runter setzen, das, nein, hier, hier sind wir circa, genau, den findest du hier links, da hast du diese vier Striche, da klickst du hinauf und das Erste, was da ist, der Fibonacci Retracement, das ist der, und wenn ich den, ich werde den jetzt hier einfach mal ansetzen, so ansetze, siehst du, dass bei mir ja unten die gerade Linie ist oder auch wenn ich sie die Höhe ziehe und oben der andere Teil ist, wie stellst du das ein, das wird bei dir am Anfang nämlich anders eingestellt sein, du gehst auf Einstellungen dann, scrollst hinunter und bei dir wird das so sein, ja, Reversal und du siehst jetzt, wenn ich Reverse glücke hier links, was sich hieran ändert, es wird einfach nur umgedreht, ich arbeite immer mit Reverse, ja, nur als deine Info, damit du das eben auch weißt, so arbeite ich, dann hast du jetzt einfach mal diese Dinge, es kommt aber noch ein einzelnes Tutorial, dann gehen wir aber jetzt weiter, was jetzt nur meine Einschätzungen sind, werden, wie auch immer, das ist jetzt passiert und wenn wir, hier muss ich aber zur Tagescandle gehen, auch das Volumenprofile ändert sich dann mit der Tagescandle ab, das siehst du hier, ich habe ja gesagt, der nächste Support, was reinkommt, sind wir dann in etwa bei den 40.000 hier unten, das ist in diesem Bereich, das zeichne ich dir hier an, das wäre circa dieser Bereich, wo der nächste Support kommt, aber, und das siehst du jetzt hier ganz stark, ich versuche hier noch etwas ran zu zoomen, haben wir den ersten Support hier schon erreicht und du siehst hier, hier kam die erste Kerze und wenn wir hier jetzt an der strichlierten Linie, ich hoffe, dass sie es gut erkennbar sind, siehst du, dass wir hier weggebounced sind, an dieser Linie, genau hier unten und werden hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen konsolidieren, genau, das ist mal das Erste, wie wird es aber weitergehen, beziehungsweise wie gehe ich vor wegen meinen Trades, die ich gesetzt habe, man kann den Fibonacci, den ich hier gezeigt habe, nicht nur so groß, du kannst ihn auch kleiner anwenden und wenn ich hier jetzt die 4-Stunden-Kerze gehe und mir das nochmal anschaue und den Fibonacci jetzt nochmal anwende, Fibonacci musst du dir vorstellen, nimmst du immer von, wenn du jetzt nach unten geht, von dem Teil, also von Anfang, wo die Kerze nach unten geht und führst so lange runter, bis die erste grüne Kerze kommt, genauso kann es umgekehrt sein, ja, so hier war jetzt zum Beispiel, ich scrolle noch etwas weiter auf, die erste Kerze, die nach oben ging und du kannst das Fibonacci genauso lang anmelden, wie die erste rote Candle ankommt, ja, und genauso kannst du das eben anwenden und wenn ich das jetzt hier mache und mir ein Fibonacci hier wieder nehme und von oben nach, vom Highest zum Low gehe, dann wirst du gleich etwas sehen, dass wir hier jetzt ein bisschen konsolidieren zwischen den 1er Fibonacci Level und 0,786er, das heißt, wir schwanken hier jetzt gerade ein bisschen auf und ab, mal schauen, wie es weitergeht, es sieht aber danach aus und wenn jetzt, und das wäre die 40.000 Dollar Bestätigung, wir hier unterbrechen, dann sehen wir, wo der nächste 1,8er wäre und das ist eben bei den 40.000, ja, also eine doppelte Möglichkeit, technische Bestätigung oder Möglichkeit für die 40.000, diese werde ich auch traden, das heißt, ich werde, und das werden wir uns jetzt noch ganz kurz anschauen, wenn ich das hier nehme, damit ich eine kleine Bestätigung habe, weil es, was das Problem ist, ja, ich zeige dir das jetzt, bei 42.250, 250, 250 circa, werde ich einen Trade setzen auf Short, damit das nach unten geht und das zeige ich dir auch gleich, wie ich das einstelle, weil, und das möchte ich dir auch noch sagen, wenn wir jetzt unter diesen Fibonacci gehen, kann es sein, dass wir nämlich nur kurz bouncen, aber dann wieder in die Höhe gehen, ja, und wenn wir aber hier jetzt den Trade zu früh setzen, dann würden wir sofort ins Minus gehen. Wie setze ich den Trade aber jetzt? Wir sind hier jetzt aktuell, wir sind hier jetzt eben auf meinem Bybit-Kanal, ich mache es hier und du wirst wahrscheinlich auch deine US-Tether noch haben, vielleicht von dem Bonus, was du bekommst, die 20-Dollar-Bonus oder du hast einfach noch Guthaben, dann gehe ich bei den Derivitivs-Account, gehe auf US-Tether und mache den Bitcoin-US-Tether-Chart, ja, und was ich hier mache, ist kein Limit-Order, Market-Order, sondern ich mache einen Conditional-Order. Mein Trigger-Price, wie ich vorher gesagt habe, sind diese 42.200 und hier gehe ich auf Market. Was ich ihm jetzt einfach nur sage, ich möchte, dass er mir, und ich mache hier eine Short mit einem Fünferhebel, also nicht zu stark, sondern einfach nur, ich möchte auch nicht zu viel Risiko mitnehmen, weil ich kann ja genauso in die andere Richtung gehen, ich kann aber auch ein Stop-and-Loss setzen als Sicherheit. Aber sagen wir, ich erhöhe jetzt einfach mal das Level hier bei Short auf eine 7, gar nicht so schlimm. Was heißt das? Du musst nur ein Siebentel dessen einsetzen, was deine Quantity dann ausmacht. Und ich sage jetzt, okay, bei 42.250 möchte ich Short geben. Und wenn, du siehst jetzt hier bei Long, wenn wir hier oben schauen, bei Long habe ich ein 5-Hebel. Wenn ich hier Short, ein Long nehmen möchte, muss ich 93 US-Tether zahlen. Bei diesen 10% sind das jetzt, ja, bei Short, weil ich ein 7er-Hebel habe, schon nur noch 67 US-Tether von meinem eigenen Geld. Wie mache ich das aber jetzt? Jetzt sage ich zum Beispiel, ich möchte hier meine 50% von meinen 969 US-Tether dann einsetzen, sage aber, ich möchte Open Short machen. Ich möchte aber auch, ja, ein Stop-and-Loss dazu nehmen. Das heißt, ich sage Sell Short und sage, Stop-and-Loss heißt einfach nur, ich möchte maximal 25% Profit verlieren. Also wenn jetzt er bouncet und dann doch in die andere Richtung geht, bin ich maximal bereit, 25% zu verlieren, das wären in dem Fall, sagt er mir, 85 US-Tether, die ich verlieren würde. Ich kann das aber auch genauso sagen, okay, ich möchte hier viel weniger verlieren, ich bin nur bereit, keine Ahnung, 50 US-Tether zu verlieren, nur als kleines Beispiel jetzt, bei dir jetzt, dann kannst du das hier natürlich runtersetzen. Je nachdem, was du bereit bist, wirklich zu verlieren, damit du nicht alles verlierst. Das Problem ist, wenn du keinen Stop-Loss setzt und nicht dabei bist und der geht komplett in die andere Richtung, dann verlierst du ein ganzes Guthaben. Und jetzt sage ich eben, okay, ich möchte das Open Short machen, kannst natürlich auch sagen, okay, sobald wir 50% Gewinn haben, wenn der auf 39.000 Dollar runtergeht, dann hätte ich eben gern gleich den Gewinnmitnahme. Machen wir aber nicht, also ich sage, ich mache das jetzt nicht, dann klicke ich jetzt auf Open Short und jetzt ändert sich hier, also du siehst jetzt hier, also der Trigger Price wäre bei 42.250, wenn das der letzte Preis ist, öffnet sich bei mir automatisch eine Short Position mit einer Order Value von 2.405 US-Tether, aber ich zahle in Wirklichkeit nur, und das siehst du hier rechts unten, 341 Dollar von meinem eigenen Geld dafür. Und meinen Stop-Loss habe ich bei 43.752 gesetzt, damit ich nicht zu viel Geld verliere. Und wenn ich jetzt auf Confirmation klicke, siehst du hier bei Conditional, du musst hier auf Conditional gehen, siehst du hier, dass nochmal alles besteht. Trigger Price ist kleiner als 42.250, mein Stop-Loss ist dem Bede 43.000 und er soll da ein Open Short. Und du siehst auch noch, wir sind aktuell ca. 690 Dollar davon entfernt, damit wir meinen Preis erreichen. Und dann öffnet sich diese Position. So gehe ich jetzt vor, dass du das weißt. Was ich jetzt noch ganz kurz mit hineinnehme, möchte, weil wenn du jetzt noch nie getradet hast und vielleicht dein Guthaben testest oder dein gratis 20 US-Dollar Bonus eben testest, wenn du das jetzt nachmachst z.B., wirst du dieses Conditional, wenn das eben eröffnet wird, hast du dann irgendwann die Position eröffnet. Dann hast du das genau hier drin. Alles, was hier steht, wird hier drinnen übernommen. Wenn du aber jetzt sagst, du hast schon Profit genommen, du siehst dann hier im Detail auch Daily Realized Profit and Lost, Unrealized, das heißt, das wäre dein Profit, was du hast, aber noch nicht realisiert. Wie realisierst du, wenn du sagst, du hast 20% Plus gemacht und du möchtest jetzt aussteigen, hast du hier rechts das Close Buy und dann steht hier Close Buy Limit oder Close Buy Market. In dem Fall, weil wir noch kein Tutorial und nichts haben, empfehle ich dir, dass du, wenn du da sagst, okay, ich habe jetzt genug Profit gemacht zum Testen, war das in Ordnung, kannst du hier nachher Close Buy und klickst auf Market, dann ist diese Position geschlossen. Solltest du Minus machen und glaubst, hey, du kommst auch nicht mehr ins Plus, kannst du auch einfach Close Buy Market machen. Das wollte ich noch ganz kurz sagen, weil das haben wir hier noch nicht live, das passiert aber dann alles im Tutorial. Was ich dann später auch noch machen werde, sobald ich sehe, das geht nach unten, öffne ich später eine Order, dass ich sage, bei 40.500, also diese würde ich ja dann beenden, bei 41 oder 40.800, das würde ich noch schauen und ich würde mich vorbereiten, bei 40.300, 40.500 eine Long Position zu öffnen. Das kann ich dann zum Beispiel machen, in diesem Fall auch bei einer Limit, da kann ich einfach sagen, ich möchte Limit und möchte sagen, ich möchte bei 40.300 mit einem Fünferhebel möchte ich dann eine Position eröffnen mit 50% meines Guthabens zum Beispiel und sage dann, oder sogar mit 75% oder gar nicht sogar 100%. Er würde dann eh nur 135 Dollar von meinen 169 nehmen. Du kannst hier natürlich mehr eintragen und sag dann Open Long. Und er würde diese Open Long dann auch wirklich nur, ich kann das jetzt auch mal live machen, du siehst hier, der Order Price ist 4.300 und der Liquidation Preis wäre 34.000, wenn das wirklich so der Fall wäre. Und wenn ich jetzt sage Confirm, würde diese dann hier unten in Aktiv stehen und warten, bis dieser Preis erreicht wird. Das ist, Entschuldigung, das ist einmal so mein Vorhaben, das ist das, was ich hier kurz zeigen wollte, wie ich vorgehe, was ich jetzt mache, aber vorher warte ich mal auf die Short Position, komme in die Telegram Gruppe, vielleicht die ich unten drin habe, in der Earlets Gruppe, zeige ich nämlich, wann ich vorgehe, wann ich meinen Profit nehmen werde, wenn das jetzt stattfindet und wie ich mich darauf vorbereiten werde, vielleicht in einem kurzen Video auch, dann darin, um, weil das geht viel schneller und live, du bekommst sofort die Benachrichtigung, um nachher eben long zu gehen und Profite mitzunehmen. Das möchte ich dir so zeigen. Genau, das wäre es eben und bis dahin sage ich, liken, teilen und ähnliches vergessen, viel Spaß und in Kürze kommt das komplette Bybit Tutorial, damit du auch wirklich siehst, wie was funktioniert. Viel Spaß beim Nachmachen oder auch nicht vergessen. Ihr wisst das, was ich mache. Alles, was ich hier mache, ist natürlich mein Ding. Ich muss euch das sagen und, 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 weil ihr könnt natürlich auch alles verlieren beim Trading. Deswegen besser Stop-Loss ersetzen, dann verliert ihr nicht alles, aber Trading ist sehr, sehr, sehr risikoreich. Macht das wirklich nur, wenn du dich auskennst oder halt bereit bist, auch möglicherweise Geld zu verlieren. Vielen Dank fürs Zusehen.